Halt, ich hab ein Parkschein. Ist das jetzt Ihr Auto oder nicht? Nö. Kannst du vielleicht ein Foto von mir machen? Egal wo du es hinsetzt, alles kacke. Hallo. Büss. Oh, das Ordnungsamt. Komm, ein Auto retten wir. Das kriegen wir hin. Das ist ja genau mein Ding. Zack, zack, zack. Wären die alle aufgeschrieben hier? Nee, nur die in der Kurve. Oh Gott, wir müssen das eine Auto noch retten. Wir müssen das eine Auto noch retten. Wohin gehst du Mäuschen? Ich halte mich bedeckt. Lassen wir uns mal nichts anmerken. Oder? Wen schreibt sie jetzt auf? Schreibt sie dem Mercedes auf? Diesmal mach ich Sneaky. Na los. Such dir was. Oh ja. Oh ja. Schreibt sie sich dem Mercedes auf. Oh, sie zückt das Gerät. Sie zückt das Gerät. Halt, ich hab ein Parkschein. Wie? Achso. Achso. Na gut. Ist das jetzt Ihr Auto oder nicht? Nö. 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 Das ist ja ein Haltverbot in der Kurve, ne? Ja. Na dann schreiben sie ihn ruhig auf den Schuft. Ja. So geht es ja nun nicht. Juti. Schönen Tag noch. Ja. Ist ja aber komplettes Halteverbot. Ach, ich zeig jetzt wo Parkzettel. Ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Jetzt bin ich von der einen Mission in die andere Mission gekommen. Wir verbinden das einfach. Wo ist die denn jetzt lang? Ist bestimmt weiter gelaufen. Na dann muss ich jetzt nochmal umdrehen. Achso, da ist sie. Hat sich versteckt. Ist immer noch bei Mercedes. Uh, ist meine Maschine schwer. Oder ich bin einfach schwach geworden. Ich werde alt. Jetzt ist aus dem Ehen Vlog ein anderer Vlog geworden. Wir kombinieren das einfach. Jetzt habe ich schon zwei Parktickets. Jetzt möchte ich die auch verteilen. Ach, und da vorne sind die aus dem Mercedes. Du hast einen Parkschein dran. Ich habe versucht dich zu retten. Aber es ging nicht. Du warst im absoluten Halteverbot. Ja, leider. Ich habe versucht dir noch einen Parkschein runter zu geben. Schönen Tag noch. Ciao. Ich habe es versucht Brudi. Oh nein. Schreibt sie jetzt hier irgendwen auf? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Die ist doch bestimmt hier lang. Nein. Hier ist auch absolutes Halteverbot. Hier ist auch absolutes Halteverbot. Ja. Cool. Danke dir. Einfach nur so für Instagram. Weißt du? Das ist doch kacke hier. Hier ist doch gar nicht. Soll ich mich da hinstellen? Egal wo du dich hinstellen. Das ist alles kacke. Das ist eine Baustelle. Ja. Wir können auch woanders hinfahren, wenn du willst. Nein. Der kommt doch dahin. Alles klar. Der steigt mich dahin. Warte, ich drehe mal. Mal gucken, wie der auf die Kamera reagiert. Ist gut so? Machst du öfters Fotos? Nein. Mit deinem Handy? Aber nichts wie so ist. Da ist die Cam drin. Warte mal. Du hast die Cam. Du hast die Cam. Ja. 2 Megapixel. Da ist das? Ja. Der kleine Auslöser. Ja. Pfff. Ah. Pfff. 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 sind gut geworden okay sieht ganz gut aus aber man 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 sieht es ein bisschen alles klar ich danke dir ja schönen tag der hat sich voll mühe gegeben schnell weg wo ist denn jetzt die junge frau hin die verschwindet doch nicht einfach auch schon wieder komplettes halterverbot ich muss noch irgendwen retten kann ich noch irgendwen retten die war bestimmt hier drin auf toilette ich halte mich im hintergrund kann ich noch irgendwen retten kann ich noch irgendwen retten den sie aufschreiben weil ich habe jetzt zwei parktickets welches modell aber kannst du einen parkschein haben dann nehme ich den weißen ich danke ihnen ja jetzt eier ich hier die ganze zeit in dieser kleinen sacker so rum ich komme einfach nicht mehr raus ich muss hier raus ein weißer das bist doch du ja du hast kein parkticket kein problem der coole wu ist am start so zack sind wir nicht so kriegst du auch noch eine autogrammkarte dazu ohne autogramm bin ich jetzt zu faul okay ach scheiß drauf jetzt schreib ich dir doch noch ein autogramm her obwohl du eh nicht aufgeschrieben worden wärst wahrscheinlich oh Gott merk ich schon mal meinen tank vollgekleckert wat will man mehr an diesem schönen samstag so hast du alles am start ach jetzt sieht man dein dingsticket nicht mehr so rum so so bis wann hast du bis 12 uhr 58 na gut du hast auch noch oder hast du es 12 uhr 58 gelöst gut ist auf jeden fall 13 uhr 2 ich verschaffe dir 8 minuten mehr zack Visier zu Willi ja mittlerweile kann ich schon ziemlich gut Willis Willis coole Willi hey Micky Maus ich will ein Foto mit Micky Maus wer macht ein Foto mit mir mit Micky Maus kannst du ein Foto von mir machen ja ok warte mach ich den so krägst du das hin mit deinen Händen nicht ja erkenntst du mich überhaupt nein nein ist schon so jetzt die Kamera ich mach ein Selfie von uns ok warte Hallo! Peace! Okay, geil! Hey, komm mal! Don't box me on mine! Nice! Bye! Das war ja mal der längste Check ever! Geil! So! Letzte Foto mit Micky Maus gemacht! Wenn das mal nicht absolut erfolgreich war! Was wir nicht alles erlebt haben in diesem Vlog! Das war's auf jeden Fall mit dem Vlog, ihr Coolen! Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß! Und falls ihr mehr von dem Kameraformat wollt, dann schreibt das in die Kommentare! Gebt dem Video einen Daumen hoch! Das war's! Der coole VU ist raus! Und nochmal ganz zum Ende! Ich war ja zwei Wochen in Kroatien gewesen und in der Zeit habe ich die 100.000 Abonnenten auf YouTube geknackt! Wirklich unbeschreibliches Gefühl! Ich danke euch vom ganzen Herzen! Ich liebe euch! Ich liebe den Support, den ihr mir entgegenbringt! Es ist unglaublich für mich! Wirklich! Also ich hätte vor einem halben Jahr niemals damit gerechnet! Und ja... Vielen, vielen Dank! Wirklich! Vielen, vielen Dank! Also nochmal emotional am Ende geworden! Das war's! Der coole VU ist raus! Es gibt auf jeden Fall noch ein 100k Special, auf das ihr euch freuen könnt! Road Rage! Genau! So ihr Coolen! Das war's! Coole VU ist raus! Bis dann! Tschuuu! Bis dann! Ich binääuch... ...dass window! Since 2,0-h6485 hat!